Für unseren ersten Sprecher von heute, an Tag 3, muss ich ihn aussprechen, scheint, dass ein paar Leute in Holland und Belgien ihn Soir nennen. Das ist eine ganz andere Interpretation. Aber Stefan ist kein katholischer Priester, dass er es gerade googeln würde. Aber er hat auch ein großes Interesse an Netzwerksicherheit, und kann ihn auch, wenn man ihn googelt, bei Wikipedia finden. Swion ist ein sehr bekannter Spieler im Internet seit mehr als zwei Jahrzehnten. Er ist in viele Programme involviert, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, Euro Ix oder Euro Mine und Dinoch. Also ein paar von euch kennen ihn bestimmt. Er ist auch ein Gründer von e6 seit 15 Jahren. Nicht wie so ein alter wie ich. Er ist ein Zeitreisender, ein langlebiger Entdecker, ein Lerner. Und er möchte sein Wissen wirklich gerne mit uns teilen. Also ich freue mich wirklich, Swion euch vorstellen zu können. Viel Spaß! Ja, perfekt. Guten Morgen! Oh, hier sind wirklich viele Leute. Das hätte ich gar nicht erwartet. Als ich hier angekommen bin, war es echt wirklich leer. Da war niemand auf den Straßen, niemand in der Straßenbahn. Und ich freue mich, dass es ein paar geschafft haben, obwohl es Tag 3 ist. Es ist wirklich schwer für euch, und ich freue mich wirklich, dass ihr dabei seid. Also wie schon gesagt wurde und angekündigt, es geht um Netzneutralität. Das ist wirklich der rote Faden der ganzen Präsentation. Es ist ein großes Buzzword. Ich bin keine Rechtsperson, ich bin auch kein Businessman, ich komme von der Netzwerkseite. Seid nicht enttäuscht, ich werde euch nichts über Rechte und Legal erzählen. Das kann ich heute nicht machen. Also seid nicht überrascht, wenn es wirklich netwerkzentriert ist. Also ihr könnt meinen Disclaimer lesen. Standard, ich arbeite hier für ein Unternehmen. Worum geht es heute? Also ich zeige heute, wie die kommerziellen Aspekte des Internets, insbesondere zum Zugang, das beeinflussen. Das ist wirklich das, wo wir Zahlen kriegen, weil alles andere ist versteckt in der Cloud, im Nebel, wie auch immer. Ich möchte euch auch die Argumente vorstellen, die von Befürwortern und Gegnern von Netzneutralität verwendet werden. Das ist wirklich die letzte Slide. Das alles wurde durch den Film All Creatures Welcome inspiriert, der vor ein paar Jahren entstanden ist, der Film. Vielleicht haben einige von euch den bereits schon gesehen. Es waren drei Stunden, ich habe die letzten acht Minuten gesehen. Ja, ich hatte 120 Slides, jetzt sind wir runter auf 80, aber deshalb das Anfang. Das sind die Themen, die ich heute vorstellen möchte. Die ersten Tage, wo alles begann. Witzigerweise das erste Paper, was ihr dazu lesen könntet, was mit dem Internet zu tun hat, ist Intergalactic Computer Network. Ja, intergalaktisch. 1963. Wir hatten damals das ARPANET, die meisten von euch kennen das bestimmt. Das ist der Vorgänger des Internets, wie wir es heute kennen. Es lief wirklich lange, 27 Jahre insgesamt. Es wurde ganz oft als DARPANET missinterpretiert. Das lag wirklich an dem Namen, weil dem Ganze das ARPA zugrunde lag. Und das wurde später NARPA genannt. Und deshalb kommt auch diese Verwirrung, aber es ist eigentlich das Gleiche. Ja, das wichtigste ist das NSF-Net. Und das erkläre ich gleich, warum die wichtig sind. Also das war wirklich eine gute Zeit. Auf einer Seite das ganze Internet. Ja, auf einer Seite das ganze Internet. Das könnten wir jetzt heute wirklich nicht mehr machen. Wir können wirklich nur so einen ganz kleinen Blick drauf werfen, wie das aussieht. Das passt wirklich alles auf ein Papier. Das ist wirklich ein schönes Bild von Universitäten wie Stanford, UC Rutgers können wir da sehen, Blue File, da gibt es ARPA, RAM Corporation, das ist was Kommerzielles. Da sind auch Unternehmen wie Deccan Serious. Also wie ihr seht, waren am Anfang nicht nur Leute von der Forschung, aber auch kommerzielle Unternehmen waren involviert. Also, wie ich gesagt habe, das NSF-Net, die National Science Foundation hat mehrere Computer-Center gebildet und wollte die verbinden. Die Forscher hatten jeder einen eigenen Terminal auf dem Deccan. Also stellt euch mal fünf Computer-Center vor. Man hat acht Bildschirme und jeder Bildschirm hat ein anderes Command-Set. Und natürlich wollen die Leute nicht mehr Arbeit machen, als sie wirklich machen wollen. Deshalb haben sie versucht, das Ganze einfacher zu gestalten. Und haben gedacht, das wäre wirklich einfach, einen einzigen Terminal zu haben, um alles zu verbinden. Also wurde das NSF-Net gegründet. Es gibt es wirklich. Das bestand von 85 bis 95. Die Bandbreite ist wirklich lustig. Also 56 Kilowatt. Das ist amerikanische Geschwindigkeit. Das ging weiter bis 45 Megabit. Aber das war nur in den letzten Jahren. Die haben was erfunden. Das nennt sich Tier. Habt ihr davon schon mal gehört? Also einer hat davon schon mal gehört. Vielleicht ein paar von der Forschung. Ja, was ist ein Tier? Das ist eine Definition dafür. Ein Level oder ein Grad in einer Hierarchie eines Systems oder einer Organisation. Die verbinden alles und haben mehr Verteilungslayer. Man kann auch an große Städte denken, an große Gründe, wo ein Operator alles verbindet. Das könnten Zugangsprovider sein. Zum Beispiel in Berlin oder irgendwo. Nehmen wir einen kleinen Internetprovider in Berlin auf Stufe 3. Das Ziel war Entwicklung. Sie waren nicht gestattet, Kommerzielles zu betreiben. Und deshalb gab es AGBs. Also die sagten, es ist nur für Forschung. Es ist nicht wichtig, was ihr macht. Hauptsache, ihr haltet euch an die Regeln. Alle nicht kommerziellen konnten damit arbeiten. Die Stiftung versuchte auch nicht, das zu überwachen. Und natürlich gab es dann Probleme mit den regionalen ISPs. Es waren nicht wirklich ISPs, sondern eher Netzwerke. Was war die Killer-Applikation? World Wide Web war viel später. Usenet, Mail, all diese Sachen. Das war wirklich das, was zählte. Und vieles wurde abgeschafft, weil es niemand benutzt hat. Die hatten fünf bis sechs E-Mail-Systeme. Und mit NSF konnten sie alles verbinden. So konnte man von CompuServe zu Timenet Mails schicken. Sonst wäre das nicht gewesen. Und man musste nicht in fünf verschiedene Plattformen einwählen. Also es ging darum, die Mail-Server zu mischen. Das hieß Alternet, dann Unet, dann gab es mehrere Provider. Und jetzt kommt die wirtschaftliche Seite hinein. Also die wirtschaftliche Seite hat die kommerzielle und die nicht kommerzielle Seite. Es ist schwierig, eine gute Definition zu finden. Die Internetwirtschaft beschreibt verschiedene Facetten, wie wir das Internet bilden, betreiben und benutzen. und luke das als wirtschaftlicher Betrachtungsweise an. ANS Wurde begründet von drei Firmen 1991. Es ist ein Nachfolger von FNSnet. Es war nicht kommerziell. Also auf der einen Seite der NSF-Net, also die oberste Stufe T1, das war NSF-Net, Backbone. Dann gab es die wirtschaftliche, die kommerzielle Seite, der Core, wo auch Forschung betrieben wurde. Und die hatten die gleiche Infrastruktur. Das Ganze wurde an AOL verkauft und dann ganz abgestellt 2015. Also wenn man daran denkt, erst drei Jahre ist das her. Also diese Dinge leben lang. Also es ist der Beginn der Kommerzialisierung, vor allem in den Vereinigten Staaten. und dann kam Hey, die erste Frage kam. Wer zahlt für das Internet? Das ist das nächste Thema, das wir behandeln. Nicht alles gibt es einfach kostenlos. Obwohl die Forschungsanstalten natürlich viel Geld hatten. Apanet wurde übrigens von einer Satellitenverteidigungsanlage das Geld abgezweigt, um es zu finanzieren. Es war ja sehr stark verteidigungsorientiert. Und es war ziemlich viel Geld, eine Million Dollar. Netzwerkanzugangspunkte. In der Hierarchie muss man den Verkehr auf die nächste Stufe bringen. Und es gibt vier solche Zugangspunkte in den Vereinigten Staaten. Das erste Problem war, man hat zwingend über einen Nap zu gehen. Man muss jetzt dafür bezahlen. Wir haben hier Hier sehen Sie die beiden Wolken. Das sind die beiden Naps. Die sind alle in den Vereinigten Staaten und tauschen ein bisschen Geld aus. Es läuft etwas Geld. Dann schauen wir auf die blauen Boxen. Die blauen Boxen, die müssen den Apps Geld bezahlen, wenn sie Traffic haben. Links Westküste, rechts Ostküste. Du bezahlst zweimal. Einmal in den Nap reinzukommen und dann vom anderen Nap runterzugehen. Es war ein guter Service, weil die Küssen zu verbinden, war ja wirklich eine Leistung, sehr hilfreich. Und wenn Sie beide im gleichen Datacenter sind, also die beiden zwei sind gleich nebeneinander. Warum sollte hier Geld fliessen? Also raufschicken und wieder runterholen. Dabei könnte man doch das gleich verbinden. Das war der Startpunkt der Internet Exchanges. Das war der Startpunkt der Internet Exchanges. Ging es darum, das zu aggregieren. Also die regionalen Angelegenheiten wurden zusammengefasst. Es gab das sogenannte Peering, so dass man nicht bezahlen musste. Das war die Naps. Na, gehen wir zu Europa. In Deutschland gab es das deutsche Forschungsnetz, seit 1985. Es ist ein OSI-Protokoll, darüber werde ich nicht sagen, das würde zu weit führen. Aber definitiv nicht kompatibel mit dem, was wir heute haben. Da gab es die Universitäten Dortmund und Karlsruhe. Die hatten dann Verbindungen zu den USA seit 1988, also zu APANET. Es war ziemlich teuer, aber es war die Basis. Der DFN wechselte dann auch in dieses Lager rüber. Auch das Protokoll möchte ich nicht diskutieren. Dann gab es Individual Networks, E.V., ein Verein, seit 1992. Das ist wahnsinnig, dass sie so früh gestartet haben. Also sehr gute Arbeit, muss ich sagen, die dieser Verein geleistet hat. Die Engländer, die waren schon seit 1973 in APANET, das University College of London. Also zwölf Jahre bevor die deutschen wissenschaftliche Netzwerke überhaupt gestartet haben. Jeder Mann kennt Bildschirmtext. Ganz viele haben wir gesehen an den Kongressen. Es war ein erster Textsystem auf CCC. Es gab 850.000 CDs mit dem ersten Mosaik-Browser 1995. Es war ziemlich langsam, aber es war der Startpunkt. So konnte man sich über die BTX-Plattform einwählen. CompuSurf war dann auch drin. Dann natürlich die Einwählpools von den Universitäten und dann private Firmen. Berlin hatte zum Beispiel 8 Linien ins Internet. Man musste mit den Fingern noch wählen. Aber man musste wirklich wählen mit Wählscheiben. Unglaublich. Und dann gab es ein paar Firmen, die ich hier auf der Folie habe. Das sind die richtig kleinen Grünpunkte, die ihr auf meinem Diagramm gesehen habt. Dann andere Dienstleistungen. Ja. Ja, man erinnert sich vielleicht Bulletinboards und Mailbox-Systeme. Als das Internet mal stand, waren sie alle weg. Der Tag 0. Wann begann das Internet? Das war 1983. Das ist das offizielle Geburtsdatum der 1.1. NCP wurde abgestellt und das TCP IP-Protokoll wurde angestellt. Das erste E-Mail wurde in Karlsruhe 1984 empfangen. Dann die E-Domains kamen 1986. Dann das HTTP wurde dann von Tim Berners-Lee und beim CERN 1989 gegründet. Es war primär für das kommerzielle Internet und für den privaten Verwender. Das ist wichtig zu behalten. Das war das erste Mal, dass das kryptische, unverständliche Internet in ein verständliches Interface übersetzt wurde. Und eben 1995 sandte dann die Telekom 850 Internet-CDs raus. Mosaic war nicht der beste Browser, aber man konnte Bildchen sehen, man konnte Links sehen. Da gab es eine ganze Geschichte, auch diese. Bis morgen zum Frühstück könnten wir darüber erzählen. Ja, das war hier ein kleiner Stopp. Das könnte dann mal bei einer anderen Präsentation stattfinden. Das Netzwerk erklärt. Das ist vielleicht für einige von euch ein bisschen langweilig, weil ihr in diesem Bereich arbeitet. Aber gucken wir uns mal den Traffic Flow im Internet an. Und das ist wirklich ein sehr einfaches Modell. Sehr, sehr einfach. Und jetzt beschuldige ich mich da nicht für, wenn ihr denkt, das ist nicht richtig. Das können wir später nochmal diskutieren. Also fangen wir mal in der Mitte an, beim Core. Ja, das Zentrum, das Core, ist das Tiermodell, was ihr vorher schon gesehen habt. Und auch die Links mit den großen Anbietern, die nicht dafür bezahlen, für den Traffic. Ja, es gibt heute ein ganzes Dutzend Unternehmen. Sehr international, viele Unternehmen von dem ersten Unternehmen, auch nicht so viele asiatische, aber das sind wirklich die Leute, die das Backbone zwischen den Kontinenten stellen. Die ganzen Cross-Verlinkungen auf einer globalen Ebene auch. Dann haben wir Tier 2. Dafür bezahlt ihr jetzt Geld, wenn ihr Traffic haben wollt. Zahlt ihr Geld, um im Gegenzug Traffic zu kommen. Und die Grünen, da zahlt ihr ein bisschen mehr, um Zugang zum Internet zu bekommen. Was ich jetzt nicht zeige, ist, wenn es jetzt noch tiefer gehen würde, wäre das der Zugang. Also das seid wirklich dann ihr, die das Internet benutzen. Also, in einer ideellen Welt würde der Traffic umsonst sein. Zwischen den grünen Bubbles, wenn es da eine direkte Verbindung gäbe, würde man dafür nicht mehr bezahlen müssen. Aber in der reellen Welt muss der Traffic von Tier 3 zu Tier 2 zu Tier 1, dann wieder über Tier 2 zu Tier 3 gehen. Und deshalb müsst ihr alle wirklich viel Geld dafür bezahlen. Das war die Grundidee des NSF-Netz. Aber die Realität sieht mehr so aus. Tier 2 ist wirklich das Backbone des Internets. Ihr habt Links zwischen allen Anbietern auf diesem Level. Und ihr seht, ein paar haben 0 Dollar da stehen. Das könnten direkte Verbindungen zwischen Unternehmen im gleichen Gebäude sein. Und dadurch wird es auch billiger für die Leute an den grünen Punkten. Es könnte noch besser sein, wenn die Internetpreise fallen, dann wird es noch besser. Und das passiert auch schon heute. Gut. Ja, jetzt gehen wir zum Zugang Access. Das ist ein sehr komplexes Bild. Es gibt vier Arten von Devices. Was wir da haben auf dem unteren Wind bis 28 Gigahertz ist das 5G-Netzwerk. Auch in den städtischen Gebieten. Dann habt ihr auch Fiber to the Home. Ja, da kommt die Glasfaser und ein paar magische Technologie. Per Glasfaser kommt es dann bei euch zu Hause an. Und naja, auch ein paar andere Sachen, die werdet ihr später noch sehen. Dann die klassischen CATV-Netzwerke, die Koaxialkabel nutzen. Die haben mittlerweile schon Bandbreiten bis zu 2 Gigabyte. Verkaufen 500 Megabyte bis zu einem Gigabyte. Und wenn ihr weiter nach oben geht, ist das Kappa. Das sind zwei Kabel, die in eine Wohnung gehen. Eins für das Telefon. Und jetzt ist wirklich alles Internetprotokoll. Also es transportiert Internet über ein anderes Protokoll. Ja, da haben wir auch die Differenzierung, wenn ihr nach links und rechts guckt. Dazwischen gibt es auch noch Platz und das nennen wir die letzte Meile. Das ist wirklich vom Zugang, also da, wo ihr Zugang zum Internet habt, zu dem Kern, zu eurem eigenen Wohnung, wo ihr wohnt, wo ihr eure Devices habt. Ja, das sind die Kundengeräte. Das ist die letzte Meile. Vergesst nicht, das ist nicht der Zugang. Es gibt nämlich noch eine letzte Infrastruktur zwischen Zugang und der letzten Meile. Weil man braucht wirklich noch viele Netzwerksänderungen, die letzte Meile zu überbrücken. Später gucken wir nochmal auf die DSL-Verbindungen, die gänglichsten. Da sind auch wirklich echte Zahlen, die wir vergleichen können. Ja, kommen wir mal zum Inhalt, zum Content. Content Deliverant. Content Deliverant. Ja, in der Mitte haben wir das Core. Dann habt ihr die ganzen Gegenden, also Nordamerika, Südamerika, Europa, China, Australien, Afrika. Das tut mir leid, Afrika habe ich vergessen, aber es kommt später nochmal. Und da habt ihr diese großen Cloud-Anbieter. AWS, Azure, Oracle, NI, ja sogar Salesforce und SAP haben schon ihre eigenen Cloud-Angebote. Die haben Datensender mit ganz vielen Servern, die in eurer Region basiert sind. Es gibt auch Initiativen in Shana wie Al-Juan. Wir haben auch Cloud-Dienste in Deutschland und die fokussieren sich wirklich auf den lokalen Markt. Es gibt natürlich noch mehr Wettbewerber auf dem Markt und der Markt verändert sich wirklich schnell. Die blauen Pfeile, die ihr dort seht, das sind die Internetprotokolle, wo der Traffic transportiert wird. Wenn ihr Google mit Alphabet nehmt oder die Suchmaschine. Also die connecten die einzelnen Orte mit ihrer Infrastruktur und das ist wirklich schlecht für die Forschung. Man sieht nicht mehr, wo der Traffic herkommt. Und ich gebe euch mal ein Beispiel, wenn wir Zeit dafür haben. Ja, haben wir. Stell euch mal vor, ihr habt einen Service auf eurem Smart-Device. Und ihr stellt das wirklich schön auf eurem Device dar. Und dann verbindet ihr euch mit Frankfurt mit AWS. Das ist die gleiche Geschichte. Aber wo liegen eure Daten? Ist das in Frankreich? Frankfurt? Das wisst ihr nicht. Es könnte aber auch in Nordamerika sein. Es könnte auch in Asien sein. Oder auf beide aufgeteilt. Und die ganzen Daten, die ihr mit eurem Device verbindet. Und die werden über deren Infrastruktur transportiert. Es ist nicht öffentlich. Ihr könnt das nicht sehen, wo der Traffic herfließt. Die bilden wirklich ein zweites Network-Layer. Das ist sehr interessant. Denkt nochmal an das Tier-Modell. Welcher Traffic geht da weg? Das ist der Traffic von Tier 1. Weil die transportieren von Kontinent zu Kontinent. Aber wenn das von den Cloud-Anbietern gemacht wird, dann gibt es halt kein Traffic mehr auf diesen Links. Wenn man diese transatlantischen Verbindungen hat, mehr als 90 Prozent von diesen Verbindungen ist kommerziell. Es ist wirklich ein kleiner Teil des weltweit produzierten Traffics, der darüber transportiert wird. Das hat gute Gründen. Also klassischer Content. Wir haben eine dicke Linie. Und dann verbinden wir uns mit dem Core. Und dann wird es weltweit verteilt. Und dann gibt es weltweite Beschwerden. Die Server sind zu langsam. Man könnte wirklich überall einen Server aufstellen. Das ist halt wirklich teuer. Und dann hatte einer die Kluge Idee, dass doch ein Content-Distribution-Network gründen. Dann sollen Caches gegründet werden. Alle Caches sollen so nah beim Kunden wie möglich aufgebaut werden. Und diese Caches transportieren eure Inhalte. Indem die Inhalte dorthin kopiert werden. Und dann kriegt ihr nämlich den Traffic von dem Standort, der am nächsten an euch dran ist. Deshalb habt ihr ihn schnell. Ihr müsst nicht lange warten. Und das erkläre ich später, warum das wichtig ist. Warum man das wirklich schnell transportieren muss. Es gibt auch noch die besonderen Kenner, also zum Beispiel Audio. Es ist eigentlich das Gleiche, ob es ein Audio, ein Text oder Video ist. Aber es gibt wirklich einen Unterschied. Weil Audio und Video unterliegen bestimmten Datenschutzbestimmungen. Es gibt Dienste, die kriegt man zum Beispiel nur in Europa. BBC zum Beispiel kann man sich online nur in Zentraleuropa angucken. Und das ist nicht wegen dem Brexit. Das gab es schon vorher. Das Problem ist, dass diese Inhalte meistens lokal sind. Also, ihr habt bestimmt schon mal davon gehört, einige von euch. OTT. It's over the top. Das heißt, das sind Anbieter, die kein eigenes Netzwerk haben. Die haben Zugangsnetzwerke, zum Beispiel like Time Warner. Die haben Netzwerke und die haben Filmstudios und die produzieren Inhalte. Die speichern das, bringen es zum Endkunden und werden von den Endkunden bezahlt für diese Inhalte. Aber diese over the top Player, die haben das nicht. Die produzieren die Inhalte und die brauchen ein laufendes Netzwerk, was die ausreichende Bandbreite hat, um sich mit den Endkunden zu verbinden, damit das Erlebnis für den Endkunden wirklich gut ist. Das ist einfach nur die Definition, wer das tun. Also, zum Beispiel Suchmaschinen, Social Media Plattformen, Video on Demand. Und das letzte Thema ist ja, wie wird das denn bezahlt, insbesondere in Deutschland. Und das wird dann am Ende durch die Einnahmen bezahlt. Und die, wenn ihr eine Verbindung zu dem Internet, dann bezahlt ihr einfach in Cash. Aber diese OTTs, die können auch durch was anderes bezahlt werden, nämlich durch eure privaten Daten. Ja, und durch dieses Advertising-Modell, also durch die Werbung, die Netzwerk-Provider, die sehen kein Geld. Also nur die OTTs, die sehen das. Aber die OTTs, die interessieren sich wirklich gar nicht für das Geld, was ihr bezahlt. Die wollen einfach eure Daten haben. Also, wir haben ein schönes Modell. Wir haben jetzt ein schönes Modell. Wir haben verschiedene Schichten, Zugang. Und dann haben wir den Kernbereich. Und drinnen haben wir Cloud-Provider, CDNs und dann die Tier-One-Dienstleister. Ist das wahr? Ja, tatsächlich. Sie sehen hier einen Plan von Kaida. Sie haben die inneren Schichten aufgelegt. Ist von 2017. Sie sehen, wie diese Verbindungen laufen. Sie sehen hier auch den Link, wo Sie das finden können. Sie sehen, wie es im Inneren immer, immer, immer dichter wird. Und dann sind ganz wenige Seiten, welche eigentlich das Internet mit Inhalten beliefern. Dann kommen wir zur wirtschaftlichen Betrachtungsweise. Wir schauen nun die DSL-Seite an. Also den Zugang auf der letzten Meile. Wir haben da die KVZ an den Strassen. Ein Kabelverteiler. Ein schöner Name. Die Bundesnetzagentur reguliert das. Das sind Kupferverbindungen. Jeder Mann hat Zugang. Also sie sind offen für alle Carriers. Es gibt zwei Ebenen, wo Sie den Kupferkabel verwenden können. So für 1500 Meter kann man das verbinden. Das ist der klassische Fall. So vor 10, 15 Jahren. Auf den 1500 Metern können Sie ADSL laufen lassen. Wenn Sie 15 Megabit haben oder mehr, wie wollen Sie das leisten? Du musst näher an den Kunden gehen. Und in diesen Verteilerkästen habt ihr eine aktive Infrastruktur. Und mit Bitstream Access. Also mit Vectoring hat das noch mehr Bedeutung erhalten. Die Kupferbündel können nur von einem Operator betrieben werden. Das ist also auf Layer 2 Transport. Und auf Layer 3 haben Sie dann die IP-Adressen. Das Ganze ist reguliert. Kann man alles nachlesen bei der Bundesnetzagentur. Auch hier findet ihr die Internetadresse. Wir sehen, was das kostet. Also vom Hauptsystem zum Kunden gibt es 10,02 Euro. Das ist übrigens alles ohne Mehrwertsteuer. Also auf eurer Rechnung steht eine andere Zahl. Auf der rechten Seite sehen Sie, dass die Preise so langsam sinken. Der Preis für die Konnektivität, für die Verbindung bleibt gleich, aber der Preis für die Inhalte geht deutlich runter. Ja, es ist ganz viel Geld da drin. Eben von der Verteilanlage zum Kunde 300 Meter oder so sind es 6,77 Euro. Vectoring ist das wichtige Stichwort. Also da muss man zu einem Interkonektionspunkt kommen. Und dann kann man die Einrichtung, die Infrastruktur anbinden an den Traffic. Und auf Kurt muss dann der Carrier für den Traffic bezahlen. Das ist keine Flatrate und man bezahlt eigentlich auf das Volumen. So. Ihr seht hier ein Beispiel. Man sieht hier einen Durchschnitt von 1,5 Megabit und dann habt ihr einen Realtime Anteil von 0,3 und Streaming 0,73 Megabit. Und dann habt ihr noch für kritische Applikationen eine ganz kleine Menge. Das ist das Preis, das Internet eigentlich. Interessant ist nur das orange Teil, das ist das Internet. Verglichen mit den anderen Kosten ist das absolut nichts. Das Blaue, das ist das Versteckte, das ist sozusagen das, was hinten herum läuft im Hintergrund. Man verkauft euch ein Gigabit für 60 Euro. Also auf dem freien Markt ist es dreimal teurer zu kaufen. Alle Business-Modelle hängen davon ab. Es gibt grosse Preisunterschiede. Es ist nicht überall verfügbar. Normalerweise hat man zwei Links, um Konnektivität zu haben. Um sicher zu sein, redundant, oder? Früher wurde jeder Dienst auf eine unterschiedliche Schicht verschickt. Und dann kam das IP-Protokoll. Damit konnte man alles auf das Internet migrieren, mehr oder weniger. Aber es sind eigentlich immer noch unterschiedliche Sachen. So hat man zwei Video-on-Demand-Services auf dem Internet. Eines gehört dem Access-Provider. Und das andere ist das, was normal auf dem Internet läuft. Call of Duty ist 7 GB 4K Video. Warum ist das wichtig? Schnelles Internet. Warten einige Zeit, bis das läuft. Wenn sie eine schnelle Verbindung haben, in fünf Sekunden sind sie drin. Wenn sie Kunden haben wollen, brauchen sie eine ganz schnelle Konnektivität. Ich bin ein bisschen aus der Zeit. Mein letzter Punkt, die Netzneutralität. Das Prinzip ist, dass alle Daten gleich behandelt werden. Und es keine Diskriminierung gibt. Auf keine Art und Weise. Ihr seht die Definition hier. Das ist eigentlich, das basiert auf den alten Dienstleistungen des Internets. Ist eigentlich nicht mehr ganz aktuell. In Deutschland haben wir eine Regulierung. Einer dieser Punkte, ihr seht sie hier aufgeführt, ist die Netzneutralität. Neutralität. Scheindebatte. Bill Debate. Die Package Inspektion. Ihr seht die Themen, die ja immer wieder kommen. Gibt es ein Zweiklassen Internet? Das ist einer der wichtigsten Punkte, wenn man über Netzneutralitätsregulierung spricht. Ihr seht hier die Pro- und Kontra-Argumente. Die letzte Zeile ist eigentlich die wichtigste, weil sie sagen, eigentlich gehört das Internet niemandem. Es wurde nicht gemacht, dass es jemandem gehört. Es war ja eine Forschungsgeschichte. Es gibt auch keine Servicequalität. Und dann gibt es die Leute auf der anderen Seite, die sagen, hey, wir brauchen keine Netzneutralität. Weil die, die dafür bezahlen, denen gehört das Internet und die machen damit, was sie wollen. Hier haben wir die Thematik mit einem portugiesischen Provider. Ihr seht, was dann passiert. Man gibt dann Flatrates für ganze Bündel von Services. In der Mitte, auf der letzten Linie, haben sie Internet gerade kostenlos. Ich habe einen Mail-Service. Die Servicequalität wird garantiert auf Mails, wo es überhaupt kein Problem gibt und nicht dort, wo es ein Video hat. Wirklich schrecklich. Schauen wir in die Zukunft. Und ich wurde gefragt, ich soll das bringen. Also, man hat Wachstumsraten zwischen 15 und 58 Prozent. Video wächst am meisten. Ich kenne die Quellen nicht genau. Man muss natürlich immer schauen, wer hat das geliefert. Netflix soll angeblich 50 Prozent des ganzen Internets ausmachen. Und 50 Prozent des Internets ist schiffriert, also verschlüsselt. Und man kann also nicht darin hineinschauen und das nicht anschauen. Also, Google hat 40 Prozent in Asia-Pacific. Wird überall eigentlich gleich stark kommen. Was sind eigentlich Herausforderungen? Also, die Netz-Neutralität wird neu definiert werden. Es gibt diese OTTs. Wie handeln wir das? Ich kenne die Antwort nicht. Es muss eine Diskussion geben, die wird einige Jahre dauern. Wir haben immer mehr abgeschirmte Gärtchen, wo man keinen Zugang hat. Alles ist im Garten mit einer Mauer rundherum. Und das hat Tore. Und wenn du durch das Tor gehen willst, okay, du hast zu bezahlen, klar. Und dem, der in diesem Garten gehört. Es kann gut sein, wenn es ein goldener Kerbig ist. Aber manchmal gibt es eben auch eine sehr schlechte Sache, weil es den Zugang beschränkt. In der mobilen Welt sind sie sehr verbreitet und kann jetzt zum stationären Welt übergehen. Ich habe die Geschichte mit dem portugiesischen Provider gesehen, wo sogar der Mail-Server als etwas Spezielles gemacht ist. Ich würde das nicht mögen. Wir haben mehr Verschlüsselung. Dann haben wir sehr viel mehr, das in Tunnels transportiert wird. Mehr web-basierte, web-browser-basierte Applikationen. Du brauchst kein Betriebssystem mehr, du brauchst mit deinem Browser. Dann die Verbindungen der Traffic zwischen den verschiedenen Cloud-Zonen werden wachsen. Alles hintenrum wird von den Cloud-Applikationen betrieben. Mehr Servicequalität muss bezahlt werden. Ich schließe mit einem Personal Statement. Die gegenwärtige Diskussion ist absolut notwendig. Wir haben das Netzwerk als ein Netzwerk zum Austausch von Ideen gegründet. Und es deckt eigentlich nur die entwickelten Länder ab. Wir haben die Verantwortung, das sollen wir nie vergessen, um die ursprünglichen Ideen von Internet zu bewahren. Es war sehr schön, dass ich diese Präsentation machen konnte. Ich danke allen für die Geduld. Danke, dass ich zu euch präsentieren konnte. Ja, danke. Das war wirklich fantastisch. Ich habe jetzt persönlich ganz viele Fragen, aber ich vermute, da sind noch viel mehr im Publikum. Ich sehe schon jemand bei Nummer zwei. Ja, fang an. Ich habe eine ganz kurze Frage, mehr philosophisch. Die kurze ist, bei Slide 60 habt ihr ein paar QoS-Zahlen gezeigt. Ich weiß nicht mehr genau, welches Slide, aber wo habt ihr diese Zahlen her? Ich meine 0,0001 Megawatt pro Sekunde. Sind das wirkliche Zahlen? Oder wo kommen die her? Ich wiederhole die Frage. Was ist meine Quelle für die Zahlen? Für den Traffic. Wie komme ich zu diesen Zahlen und die Euro-Werte und so weiter? Die Basis? Es ist wirklich schwierig, daran herzukommen. Ich durfte nur 45 Minuten sprechen, deshalb konnte ich das nicht entwickeln. Man nimmt die Anzahl Zugänge und mixt es mit Mainstream-Quellen. Dass die Zahlen, die ich nachher gezeigt habe, was Netflix ist und so weiter. Das ist der Blick in die Kristallkugel, ehrlicherweise. Sogar wenn ich die Zahlen kennen würde, das ist absolut geheim. Niemand wird euch das sagen. Ja, noch eine andere Frage. Du hast gesagt, dass Vault Gardens, Wallet Gardens kreiert würden. Das habe ich nicht gesagt. Vielleicht bist du glücklich und hast den goldenen Käfig. Und du bist happy mit dem, was du kriegst. Nicht als Operator, sondern du als Kunde bist happy damit. Ihr seid zwei Prozent von diesen Leuten, die das Internet benutzen. 98 sind ausserhalb, sind eure Eltern, eure Grosseltern, die normalen Leute sozusagen. Die können zufrieden sein mit diesem goldenen Käfig. Gute Unterstützung, guter Support, die bezahlen dafür. Wir aber sagen, es ist eine Beschränkung. Also was meine Hauptfrage ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass es große technologische Änderungen geben müsste. Die insbesondere beim Backbone, beim IP, ist das wirklich eine gute Sache? Da sind auch interessante Sachen, wo man wirklich die Daten adressiert, die Endpunkte. Wie siehst du, wie sich das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten entwickeln wird? Wird sowas entstehen? Ja. Ich hoffe, jeder hat das begriffen. Ich sehe, was du meinst. Bei der Interkonnexion der Cloud Provider, die können ihre eigenen Standards verwenden. Und das wird überschwappen. Die haben intern gestartet und die werden das immer weiter entwickeln. Und die werden das dann standardisieren. Es ist keine DIN-Norm. Es ist im Prinzip eine konsensuale Norm. Und wenn man es akzeptiert und implementiert. Ich möchte nochmal den goldenen Käfig diskutieren. Diese Käfige sind vielleicht wirklich nicht so gold, wie man sich denkt. Ja. Nummer eins, bitte. Eine der Kernwerte der Ägypter ist, dass man das Internet nicht runterfahren kann, wenn man die öffentliche Wahrnehmung runterschalten will, wenn die Industrie nicht mitmacht. Siehst du irgendwelche Schritte der Internetindustrie, um ein öffentliches Netzwerk zu kreieren, das runtergefallen werden kann, obwohl man den Business-to-Business-Case fortführt? Ich würde sagen ganz klar ja. Es gibt Leute, die das pushen. Wir haben ein zweites, drittes oder viertes paralleles Internet. Zwei-Klassen-Internet habe ich ja erwähnt als Thema. Also vielleicht ist es N-Klasse, wenn man es ausbaut. Eines für Business, eines für bezahlende Kunden mit extra Qualität, ein drittes, ein viertes und so weiter. Es könnte passieren. Das ist eine der Sachen, wo wir sehr aufpassen müssen und sorgen dafür, dass es nicht passiert. Ja, fühlt sich so ein bisschen wie erste, zweite Klasse von Frankfurt nach Leipzig mit der Bahn zu fahren. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ja, man endet in verschiedenen Situationen. Das eine ist schneller, aber... Ja, Mikrofon zwei, bitte. Meine Frage ist, es geht in Bezug auf die Einkommensflüsse, in Bezug auf die Infrastruktur, weil das sind ja öffentliche Anforderungen in öffentliche Investitionen. Es gehört ja mal dem Staat. Ich versuche das zu übersetzen. Du kannst sagen, ob ich es richtig verstanden habe. Wenn man es zum Zugang anschaut, die ganze Infrastruktur wurde von staatlichen Firmen begründet, die nun privatisiert sind. Und die verkaufen uns, was wir mit dem Steuergeld bezahlt haben. Das ist eine Generation, die wir seit fünf, sechs Jahren gehört haben. Es ist in gewisser Weise problematisch, tatsächlich. Was kann ich sagen? Was die Infrastruktur anbelangt, wenn die für mehr als 80 Prozent der Zeit verfügbar sein muss, muss man Geld hineintun. Vielleicht könnte man sagen, es ist schwierig zu beantworten. Es ist schon abgeschrieben, bevor es privatisiert wurde. Und dann die Entwicklung und Investitionen von den Privaten gemacht. Und darum ist es eine gute Begründung, dass sie das uns verkaufen können. Weil die Infrastruktur von vor zehn Jahren, die kann man nicht einsetzen. Wir hatten keine Verteilerkästen mit aktiver Technologie. Das wäre alles nicht möglich gewesen, was wir heute haben. Du hast recht, vor zehn Jahren wäre es unfair gewesen. Heute ist es nicht mehr so klar. Es wird so viel Geld eininvestiert. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass die das Recht haben, uns das zu verkaufen. Die Frage ist mit oder ohne Regulierung. Gut. Bitte. Ich habe eine Frage zu den OTT-Services. Das ist fast ein politisches Wort, das sagen möchte, das ist ein Trick, den die machen. Also ich zahle für meinen Internetzugang und nach allem, wofür ich bezahlt habe, sollte ich Zugang haben. Vielleicht ist das nur die Art der Zahlung. Wenn man für ein Flatrate zahlt, dann hat man Probleme mit den Over-the-Top-Playern. Aber man sollte vielleicht lieber einen fairen Preis für einen Gigabyte für den Traffic bezahlen. Warum wird der Zugang zum Internet der Preis nicht erhöht, damit ich freien Zugang habe? Eine komplexere Antwort hier. Als erstes, Video Streaming begann mit zwei Megabit. Jetzt gehen wir gegen zehn Megabit pro Sekunde. Die OTT nutzen das Netzwerk in einer Art, wie es nicht dafür gemacht ist. Man geht von einem Durchschnittstraffik aus. Und mit dem OTT haben wir solche Spitzenstunden. Wenn du heimgehst um sechs oder sieben und du schaltest dein Video in demand an, alle anderen machen das auch. Und um zehn Uhr gehen alle ins Bett zum Beispiel oder später, dann fällt der Traffic auf fast null runter. Du kannst die Filme anschauen, aber es braucht viel Zeit. Mehr als 20 Sekunden musst du warten oder eine Minute bis das Streaming beginnt. Bei schnellem Breitband, nach fünf Sekunden, wollen die Leute das Film schauen. Zwischen sechs und zehn muss man die fünf Sekunden haben. Und das Internet wurde einfach nicht dafür gebaut, für diese Spitzenbelastungen. Es wäre schön, wenn alles zeitversetzt wäre, du schaust eine halbe Stunde, dann du eine Stunde und so weiter. Aber alle wollen uns zur gleichen Zeit anschauen. So um 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Ja, aber wir zahlen beide für die Bandbreite. Ich zahle für diese Bandbreite und jetzt sagst du mir, ich kann darauf nicht zugreifen, weil alle Kunden da gleichzeitig drauf zu bringen. Aber die haben doch alle dafür bezahlt. Du bezahlst eben nicht für die Spitzenbelastung. Du hast ja an sich recht, du hast eine garantierte Bandbreite. Guter Punkt. Aber wir sprechen darüber, wie wir mit dem Peak, mit der Spitzenbelastung umgehen. Ich müsste ein paar Papiere haben, um das aufzeigen zu können. Aber können wir nachher darüber miteinander sprechen? Ich bin ja noch hier. Ja. Also in diesem Universum und außer diesem Universum gibt es auch Fragen. Es gibt ein paar von dem Internet. Ja, du bist noch verfügbar nach diesem Talk, aber können wir eine Frage aus dem Internet haben? Bitte. Oh, es gibt keine Fragen aus dem Internet. Alle sind gerade noch am Schlafen. Du bist wach. Okay, eine Frage noch. Ein bisschen zu der vorherigen Frage. Gibt es eine öffentliche Infrastruktur für, wenn lokale Regierungen die letzte Meile übernehmen würden? Würde das das Problem lösen? Nein. Hier hat jemand eine Antwort. Gebt ihm ein Mikrofon. Entschuldigung, ich bin aus einem kleinen Städtchen. Wir kooperieren mit vielen Städte-Carrieren, zum Beispiel in Tübingen oder Reutlingen. Also der Punkt ist, wenn man sich die Kostenstruktur von lokalen Gebäuden anguckt. Es gibt einen guten Punkt, das als öffentliche Infrastruktur zu machen, weil diese ganzen Städte-Carrier, wie Stadtwerke, buddeln ohnehin die Straßen immer auf. Es gibt also einen Business Case, diese öffentliche Infrastruktur zu bauen, in einem durchgehend zu bauen und nicht jedes Jahr immer wieder die Straße aufzugraben. Der Punkt ist, dass die wirtschaftliche Seite der Diskussion in Regulierung dieses Marktes geendet ist. Und diese Regulierung macht eine Umsetzung, wo alle paar Jahre die Straßen aufgeboren werden für eine unterschiedliche Infrastruktur. Wir machen das, um die einzelnen Teile der Infrastruktur auseinanderzuhalten, damit das alles in diesem regulatorischen Rahmen bleibt, der von der BNZ-A vorgegeben wird. Das ist keine sinnvolle Struktur. Aber wenn man das öffentlich oder politisch challengen würde, wäre das wirklich schwer. Weil alle Menschen sagen, das kann nicht gemacht werden. Ich lade euch ein, nächstes Mal darüber zu sprechen. Mir ist das bekannt, dass die Stadtwerke zum Teil so arbeiten, auch in Amsterdam. Irgendwo ging es nicht weiter. Ja, ich danke dir, dass du heute so früh schon da warst. Ich danke euch allen. Quell am izi. Ich wünsche... Und erklärt euch halt einfach mal. Und mache auch einfach måltitel in Gnósts Moscow. Danke auch! Ihnen bis zum nächsten Mal! Frage 15. Musik Spall ligge